Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Infinity Modelt ich hab mich jetzt entschieden das Projekt zu nennen weiß ihr hattet nur einen Tag Zeit um ja um eben abzustimmen wie das heißt aber ich musste eben die Playlist nennen und die Playlist kann ich danach nicht mehr Händen ich weiß immer noch nicht wie man die Sachen wenn ich hier ja ja wenn ich auch Caps Lock schreibe es gibt hier ich guck hier mal ob es ähm die ganzen Werkbänke und was hier auch gibt irgendwo auf einen Blick sieht ja gut ok ok eh nie was ich meine das ist natürlich auch gut ähm ähm ok ok es ist ein gibt es ein Battle Sign ähm jetzt seht hier gibt es extrem viele Sachen aber eigentlich das was ich suche nicht ja so kann ich nur normal weitermachen ähm 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 würde ich sagen damit für einen weiteren Erfolg machen würde ich mir jetzt den Ofen machen ach die sind vor der Tür glaube ich so gute Idee und ist auch richtig ja ähm ja der hat genervt Selbstverteidigung keine Selbstverteidigung sag ich nur ähm ähm ich weiß jetzt nicht ob ich da 8 reintun soll so schlimm so schlimm kann es auch nicht sein wir haben wir können uns ja Stone machen und wir wieder zurück craften mit ähm mhm noch crafting ich brauche eben eine Ironie Pickaxe hm 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 wieso ist ein Villager eigentlich in meinem Haus hm 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 ja hm 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 ich gucke mir noch mal cool ja hier steht halt nicht wie man sich das ganze kraft ich gucke abend und ich wollte war oben da habe ich noch die chance zu verstehen auch Cool. Elevator. Cool. 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 wo nicht so treuige Sachen nicht machen jetzt interessiert mich ja bei einer Sache wie machen ich irgendwas von xp j j na a a ein ein wie mache ich die Bücher kann ich mir vier machen Ähm, okay, also erstmal, ähm, jetzt gehe ich mal runter. Wozu hab ich die Reihe Eisen mitgenommen und mir echt nix daraus gemacht, ähm, und Zombie vielleicht brauch ich nicht, aber wahrscheinlich kann man sich daraus irgendwas schönes craften. So schwer ist jetzt Bernstein auch nicht zu bekommen. Ich muss rechtzeitig hören, wenn ein Creeper kommt. Ja, Quarz. Das sieht jemand wie ich doch gerne. Quarz. Und Ironie. Ähm, dann... Nach Hostel-Crecious auf voll, weil... Ich weiß, dass mich so einer da... ...beschreckt... ...und mich verstötet. Als härtes Quarz daraus gönne ich mir Sachen machen, die so gut sind wie Eisen. Und solange ich noch keinen Maserator hab, ist ziemlich urteilhaft. Oder auch noch keine... ...Segmehl. ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann place ich das eben wieder. Das muss hier hoch und... Wo genau ist dieses Skelett? Ich glaube, ich erst mal hoch und ding ein paar Sachen. Oh. Okay. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ich muss schon dagegen anschwemmen. Das ist auch schon 17 Minuten lang. Also ich glaube, für sowas wie hier, das Farming, da müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Das kann ich auch alleine machen, aber auch, was ich jetzt einmal gesagt habe. So. Dann hier hoch. Aber ich brauche Redstone. Weil als erstes brauche ich... I.O. Von end.io. Brauche ich als erstes... Ich schreibe es mal so, wie es da... So. 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 irgendwie. Irgendwie... Wenn ich es so mache, sind dann mehr Sachen, obwohl die aus... N.I.O. sind... Okay. Also Experience... Ich brauche heute Redstone. Erstmal. Ich weiß nicht genau. Ich schreib irgendwie Segment. E-mail. Also, ne. Und, äh. Sterling Generator. Basic Capacity. Ähm. Okay, ich brauche einen Redstone-Block dafür. Ich brauche Redstone, okay. Ach so, schreibt man die, okay. Ja, also ich brauche Redstone. A und O. So. Und dann brauche ich noch Solar. Okay, Redstone. Ja, und wie mache ich mir genau Stil? Ähm. Wahrscheinlich muss ich da einfach... Ähm. Eisen in den Ofen tun, oder so. Ähm. Iron. Ja. Iron in den Ofen. Und... dann... Photowire 3x. Lässt euch hinbekommen. Larpes Chart. Brauche ich halt erstmal ein bisschen Larpes. Und... Ja. Iron in den Ofen geht natürlich auch. Und dann... Das hier ist auch einfach. Also jetzt tue ich erstmal hin. Das darf den ich gerade nicht brauche. Weg. Also ich brauche nicht so viele von denen. Dann das auch nicht. So. Ein bisschen Holz. und das ist eine andere Sache nicht holz um ich habe da noch eine Axt ja so ja meine Steinachse rote so lang schnappt mich voran ja das ist der unterste Block da finden wir noch kurz Poli durch und nicht aus das ist mit die Dumpf und gehen und einfach bekommen der Zombie kann einfach nix tun Trost mit einem schlafenden Villager, okay, ich baue den Eingang lieber zu, damit keine Zombies rinkommen. Die Sonnenliegen, die da so in ihren Betten, okay, lieber kommt, als Gürtel. Ach okay, ich kann schon rein, Maze auf jeden Fall, ähm, ne. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, bei den Achievements. Also, Dias, ich brauche einen Fisch, das heißt, ich brauche Seine, das heißt, ich brauche Spinnen. Kuchen und Brotmusik machen, Kürtel, ja, das ist einfach, eigentlich. Okay. 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 Ist ja gut. Gut. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch eine positive Wertung da. Ja, tschüss.